So, hallo, wir machen weiter. Bei einer Runde Isaac Repentance. Wir sind in der Challenge ohne Namen. Ich hab bisher den Namen nicht rausgefunden. Ähm, ich kann nicht kontinuieren, denn wir sind in einer Situation, aus der ich das Ganze nicht mehr schaffen kann. Und ich glaube auch genau, das ist der Sinn dieser Challenge. Nicht, dass man in eine Situation kommt, in der man das Ganze nicht mehr schaffen kann, aber dass es sozusagen passieren kann. Denn, ich schätze, wir werden immer wieder komplett random irgendwelche Items kriegen. Und denen wir absolut nicht wissen, was sie tun. Na, so wie jetzt wieder. Das ist jetzt ein Space-Beitem. Und das kann ganz viele Effekte haben. Und ich weiß nicht, was sie tun. Aber ich denke, sobald man eine relativ gute Basis hat, sollte man es lassen, weitere Items einzusammeln. Das ist einfach die Schaufel dabei. Da ist einfach die Schaufel dabei. Ja, wie krank ist das denn jetzt wieder? Liegt die eh nicht alle gesprengt auf einmal. Oh, ist das das Sacred Heart? Habe ich mir gerade das Sacred Heart gegönnt? Ja, moin. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem man schon nichts mehr kann. Kein einziges Item mehr sich gönnen soll. Was? Ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich nichts mehr kaufen sollte. Oh, wir haben einen interessanten Zusatzeffekt. Soll ich mich jetzt noch mal trauen? Das hat sich jetzt halt einfach ausgelöst. Ich weiß, was das ist, aber geht das dann von selber wieder weg oder wird das dann immer nur schlimmer? Ja, das bleibt jetzt nämlich... Ach, du Schande. Aber das Spaceball-Item würde mich sofort in die nächste Ebene bringen. Wenn wir jetzt noch wieder so was hätten, dass mir die Herzen automatisch aufgefüllt werden, dann wäre ich wirklich... Würde ich sagen, okay, passt. Wir ziehen so durch. Oh nein, das nehme ich jetzt mit, ne? Okay. Das könnte jetzt vor allem... Oh, das wird wahrscheinlich mit der Zeit jetzt sogar schlimmer. Das wird wahrscheinlich nicht mehr besser. Okay, wir müssen gucken, ob wir das durchhalten. Wir müssen gucken, ob wir das durchhalten. Die Frage ist halt, was will ich noch? Will ich einfach weiter? Will ich noch ein Item mit einsammeln und riskieren, dass es mir wieder was verbockt? Ich bin jetzt wirklich... Uh, ich bin jetzt wirklich überfragt. Ah, ich hab keinen Schülern. Ah, es wird wieder normal. Okay, es geht dann doch wieder mit der Zeit ins Normale zurück. Ist das random, wann ich diesen Effekt bekomme? Ist das random? Es wirkt auf mich gerade komplett random. Weil es ist ja kein Spacebite, wodurch das ausgelöst wird. Es passiert ja einfach. Das Problem ist, ich bin immer so furchtbar neugierig. Ich will jetzt mehr Items einsammeln und dann versau ich es mir am Ende wieder. Ich denke genau das ist das, was man hier... Ich denke, man muss sich hier so weit kontrollieren, dass man das eben nicht tut. Ich denke, so was ist das. Ja, ne, also das... Was immer es noch gemacht hätte, wir müssen auf jeden Fall das Leite, die Schaufel behalten. Und dann erfährt man nämlich immer erst, wenn es zu spät ist, welchen Effekt man jetzt sich eingefangen hat. Ich meine, jetzt sind wir noch am Anfang. Jetzt würde ich tatsächlich noch versuchen zu sammeln und zu gucken, was passiert. Aber de facto sollten wir jetzt nicht hervorher ausfordern. Und jetzt geht's wieder los. Aber das macht auch den Tierseffekt höher. Also das ist schon nicht schlecht. So, keine Ahnung, was ich jetzt noch zusätzlich eingesammelt habe. Ich trau mich einfach, es ist furchtbar. Ich sollte es lassen, glaube ich. Ich glaube, ich sollte es lassen. Guck mal, das wird jetzt immer schlimmer. Mit jedem wird's schlimmer. Das ist das Problem. Und es ist komplett Zufall wahrscheinlich, ob sich das auslöst. Was ich brauche für die Folge brauche ich, glaube ich, echt eine Epilepsy-Warnung. Also jetzt auch mal unironisch. Ja, äh, nee. Brauche ich sowas von. Oh, shit. Ich überlege halt nur, ob ich noch Voraussetzungen schaffen soll oder ob ich wirklich einfach jetzt gehen soll ins nächste Gebiet. Ich könnte es halt machen. Ich könnte es halt machen. Ich könnte sagen, okay, wir probieren es einfach aus. So, wir sammeln jetzt nichts mehr ein. Wir probieren es einfach aus. Ja, weil was weiß ich denn, was das jetzt noch macht zusätzlich? Also wieder ein Space-Beitem. Oh, okay. Aber das scheint jetzt nur für den Moment die Verwandlung da durchgeführt zu haben. Ja. Ich würde halt gerne noch die Herzen voll bekommen. Und dann kann man ja immer noch gucken. I don't know. Solange ich keine Gegner angreife, wird es nicht schlimmer. Ja, jetzt wird es wieder schlimmer. Hä, ich komme da nicht rüber. Hä? Ach, der Raum ist so aufgebaut. Oh, ich habe mich verstanden, wie der Raum aufgebaut ist. Das war jetzt ja mal wild. Ja, cool. Das ist ja noch besser jetzt. Ja, komm. Alter, das wird gleich unspielbar sein. Ist das mal wieder ein Space-Beitem? Was macht es? Kann es unendlich oft einsetzen, aber ich weiß nicht, was es tut. Das könnte jetzt halt ein Space-Beitem sein, was einfach Schaden macht bei Gegnern. Weißt du? Komm, wir lassen es mit der Leiter jetzt. Und wir... Ich komme ja auch so durch die Räume durch. Ich komme ja auch so durch. Oh, er ist sogar noch offen. Bleibt er offen? Sehr gut. Er bleibt offen. Aus irgendeinem Grund bleibt er offen. Dann können wir ganz kurz testen. Vielleicht sehe ich in dem Raum, was das macht, das Item. Ja! Das macht einfach Schaden. Behalte ich. Das ist genau, was ich meinte, was passieren kann. Oh mein Gott. Das ist genau, was ich meinte, was passieren kann. Dass man ein Space-Beitem bekommt und das macht jetzt einfach Schaden. Oh mein Gott. Wir sammeln jetzt nichts mehr ein. Jetzt sammeln wir nichts mehr ein. Jetzt haben wir es. Also jetzt haben wir es wirklich. Ich versuche jetzt auch mal nicht zu schießen, damit es wieder normal wird mit der Zeit. Das ist plus Curse of Darkness sehr ungünstig jetzt. Ups. Wie sollte es wieder normal werden eigentlich? Ich glaube, ich muss eine Weile stehen bleiben. Das ist vielleicht... Alter! Ich glaube, das hat mit Schießen nichts zu tun. Okay, Leute. Ich bleibe eine Weile stehen. Oh, da ist noch ein Gegner irgendwo. Ach, hier. Boah, wie kriegen wir das wieder normal? Ich meine, ich kann auch weiterlaufen, aber ich glaube, ich mache es dann nur schlimmer. Kann es wieder normal werden? Ich habe nicht das Gefühl. Ich glaube, es wird... Aber es wird halt... Das ist das Problem. Es wird mit der Zeit noch schlimmer. Oh, dang it. Nee, nur stehen bleiben scheint nichts zu machen. Wieso? Es ist vorhin aus irgendeinem Grund wieder zurückgewichen. Ich kann da nicht... So kann ich es nicht... So kriege ich das nicht hin. Shit. Das ist gerade das einzige Problem. Alles andere ist super. Aber das ist gerade ein Problem. Es fährt nicht auf. Es fährt nicht auf. Aber ich kriege jetzt auch keinen von diesen... Also ich höre jetzt auch nicht mehr dieses... Was dafür gesorgt hat, dass es mal losging. Das wird niemals funktionieren. Das wird niemals funktionieren, dass wir jetzt so weiterspielen können. Was passiert, wenn ich in den Pfer laufe? Vielleicht muss ich ja laufen, dass es wieder zurückgeht. Gibt es... Hat es irgendein Maximum, dass man... Also dass es irgendwann nicht schlimmer wird? Ich fürchte halt nicht. Scheiße. Da hört ihr das? Der macht es immer wieder. Wieso komme ich nicht in die Tür? Ich bin doch direkt davor. Wo ist die Tür? Ah, der Raum ist noch nicht gefördert. Das ist geschafft, oder was? Ah, der Raum war noch nicht geschafft. Da es nicht schlimmer werden kann, kann es nur besser werden. Also sammle ich weiter fleißig Kram ein. Oh, neeeeh. Aber vielleicht wären wir zumindest dann stärker, dass die Räume schneller gehen. Mann, es wäre alles optimal, wenn wir nicht diese Scheiße hier hätten. Oh Gott. Das ist der einzige negative Effekt gerade. Der einzige. Alles andere ist super geil. Alter. Macht das auch beim Boss-Shark eigentlich? Ja. War so richtig. War so richtig. einfach durch einfach durch hier geht es nicht weiter entweder wir gehen jetzt drauf oder wir schaffen es i don't know ich versuche jetzt hier durch zu kommen irgendwie lasst ihn mal größer hey konnen wieso kannst du denn nicht ausweichen verdammt meine energie wo hänge ich denn wieso komme ich da nicht weiter das war so ein enger raum auf der karte da waren pilze wo aus ging überhaupt nicht weiter ich bin gespannt ob wir es irgendwann wieder normal kriegen ob das irgendwann wieder zurückgeht aber im moment wird es nicht schlimmer es wirkt fast als würde ich sich wieder normalisieren so ein bisschen ja es wirkt wirklich so als würde sich gerade normalisieren ich warte mal kurz ne noch mit noch mehr geht es nicht die normalität zurück aber es ist ja schon mal ein anfang sehr gut blaue herzen brauchen wir ganz wichtig hier geht es nicht weiter oh ich bin dings ich habe habe ich gar nicht gemerkt jetzt nicht okay dann hat es auch wieder so einen zufallseffekt ach ja ach komm wir haben genug geld wir holen uns paar blaue herzen hoffentlich perfekt okay keine weiteren blauen herzen dann ist das halt so hier geht es weiter runter guck mal jetzt sieht schon wieder einigermaßen normal aus sogar so wieder so ein item was ich dauerhaft einsetzen kann macht es zufällig auch schaden nein keine ahnung was das tut also müssen wir das andere gleich wieder zurückholen das war blöd das brauche ich wieder jo aber es wird normaler es sieht wieder fast normal aus die frage ist wie lange die frage ist wirklich wie lange das jetzt normal bleibt ne das passt schon hier jetzt geht es wieder los aber wieso es jetzt wieder so krass los geht aber es ist halt so okay wir haben irgendwas komisches eingesammelt aber es ist in ordnung ich hab ich war das gerade nicht wollte ich nur sagen so mit der challenge ist es ja noch nicht mit der challenge aber mit dem effekt ist ja noch viel schlimmer und nein die einfach durch einfach durch geht es nicht weiter wir haben aber schon zwei so viel jetzt um uns rum alt sind sie wieder weg okay schade alter wird es wäre alles so geil wenn wir diesen müsse nicht hätten das ist unfassbar und gehe ich denn nach oben er geht schon mal weiter einfach durch da ist der boss nice okay mom ich sehe noch nicht so ganz wie ich das schaffe aber hey ja sehr gut sonst nix hier okay ach doch da sind item ah ich habe keinen schlüssel ich komme an kein item ran ok ok dann kein item für mich sheesh hey man kein curse of darkness i guess hoffentlich ist es eine kurze ebene hey das ist hier geht es immerhin auch noch weiter aua aua hier geht es auch noch weiter man kann nur so grob behahnen wo man gerade ist und was los ist na oh vorsicht stacheln in der mitte boss raum hier vorsicht das sind rote rote scheißhaufen die wollen wir nicht berühren nein das ist noch ein herz bevor wir runter fallen das ist gut keine ahnung was ich da eingesammelt habe ja noch irgendwo ein herz oder so ne ne als halt auf das ok die herzebene ich sehe da jetzt wenig chancen muss ich gestehen dass wir da noch durchkommen aber ich oh mist aber ich versuche alles hallo hier das hat das war dann das hallo 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 jo das war ja super verrückt hallo hallo okay hallo das war mal eine epilepsie folge hallo 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 ich brauche jetzt erstmal einen Doktor hallo hallo danke fürs zuschauen und tschüss.